Mein Name ist Anouk Bövertil. Ich bin letztlich politisch engagiert, weil ich aktiv mit der Gemeinde, wo ich wohne, wo ich arbeite und wo ich meine Kinder an die Schule gehen. Ich bin ganz nah dabei. Ich darf mich noch zu den Jungen erzählen, an meinen Beruf als Kinesi-Therapeut, also an der Schule, die ich noch nicht vertraue bin. Ich gebe mich ganz gerne Ansätze für eine Revalorisation von den Gesundheitsberufen, für die Verschaffung von den jeweiligen Reglementen, Nomenklaturen und das am Sonnen des Patienten und vom Therapeuten. CSV – klar, nun ageresht.